Ich lerne Deutsch. Nummer 13.515 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Welche Farbe soll ich als nächstes verwenden? Hilfst du mir bei der Auswahl? Welche Farbe soll ich als nächstes verwenden? Hilfst du mir bei der Auswahl? Welche Unterstützung bekommst du während deines Studiums von deinen Kommilitonen? Welche Unterstützung bekommst du während deines Studiums von deinen Kommilitonen? Welche Unterstützung bekommst du während deines Studiums von deinen Kommilitonen? Ist es sicher, mit dem Auto in die Stadt zu fahren? Der Spieler hat genau in die Mitte getroffen. Bei der Hochzeit gibt es eine Fotoecke, die mit lustigen Requisiten ausgestattet ist. Bei der Hochzeit gibt es eine Fotoecke, die mit lustigen Requisiten ausgestattet ist. Daran habe ich meine Zweifel. Gerechtigkeit zu respektieren bedeutet, für Gleichheit und Fairness einzutreten. Deine Antwort gefällt mir wirklich nicht. Gerechtigkeit zu respektieren bedeutet, für Gleichheit und Fairness einzutreten. Gerechtigkeit zu respektieren bedeutet, für Gleichheit und Fairness einzutreten. Gerechtigkeit zu respektieren bedeutet, für Gleichheit und Fairness einzutreten. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Gerechtigkeit Gerechtigkeit Untertitelung des ZDF, 2020